Hallo ihr Lieben, grüß euch. Mein Spielepaket ist wieder zurück. Wieder ein alter Frische. Ich hoffe, dass es ein bisschen länger hält wie das letzte Mal. Da gibt es immer irgendwelche Probleme bei dem großen 2018er MyTopGame. Habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Jetzt wollen wir mal hier wieder eine Doppelfolge machen bei mir und zwar den Dragon's Treasure 2 und den Tisona. Das muss sein. Tisona geht immer auf 60 Cent. Noch so viel Kohle haben wir nicht drauf. Viel Spaß Leute. Schreibt mir mal Spielewünsche in die Kommentare und dann zocke ich alles mal ab. Schreibt mir mal, ob man das gut sehen kann so. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit mit dem Tisona, Dragon's Treasure. Ja, da sind wir schon drin. Nicht schlecht, Herr Specht. Schauen wir mal. Was gibt es auf 60? Ja. Ich bin tunnel. Sieik. Aber ich bin den Tag. Schreibt mir das wieder inузk. Feige곳. Ja, 2,40. Ich glaube, da geht ein bisschen mehr, Leute. Schauen wir noch ein bisschen zu. Ne, da wollen wir nicht drücken, oder? Ich glaube, da wollen wir nicht drücken. Ich glaube, da wollen wir nicht drücken. Ich glaube, da wollen wir nicht drücken. also wieder drin und hier parallel freispiele schade ja eben erst eingebautes spielmodul jetzt schon zweimal freispiele jetzt ein bisschen mehr wie 240 bitte schauen wir mal ja 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 Ja, so ein frisches Spielmodul muss ich auch erstmal ein bisschen ausmitteln und erstmal ein paar hundert Euro durchlaufen lassen, dass da was geht vielleicht, oh Verlängerung wäre schön. Schade, 480, auch nicht die Welt. Schauen wir noch ein bisschen. Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.